Der Sommer ist da und damit auch die ersten Strandfotos von den Promis. Da stellt sich nur die Frage, wie bringen die ihren Körper so in Schuss? Wir stellen ihnen drei Workouts der schönsten Models vor. Emily Ratajkowski schwirrt auf Wandern und Yoga, wenn es um den perfekten Beachbody geht. Und sie trinkt vor allem abends eine ganze Menge Wasser. Demi Lovato belegt Platz 2. Die Schauspielerin und Disney Club Moderatorin verbringt nach Angaben ihres Trainers täglich vier Stunden im Fitnessstudio und perfektioniert dort ihre Martial Arts Techniken. Das brasilianische Supermodel Adriana Lima ist jedoch die unangefochtene Nummer 1. Die 36-Jährige kämpft sich durch ein intensives Boxprogramm, um ihren Traumkörper zu behalten. Die zweifache Mutter trainiert nach dem Motto Gas geben, weitermachen, lernen, scheitern und dann weitermachen, bis es klappt. Wenn das das Geheimnis ist für so einen Körper, dann sind wir ab sofort mit dabei, Adriana. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.